Jo, hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Trade-Binder-Update. Hier seht ihr den Galaxie-Augen-Photon-Drache. Und jo, ich mache mal wieder ein Trade-Binder-Update von einem anderen Binder, weil ich habe euch ja gesagt, ich habe ziemlich viele Binder und jetzt ist halt mal der hier dran. Falls ihr was braucht, schreibt mich bitte an. Ihr könnt den Binder auch komplett kaufen, ist gar kein Problem. Und jo, ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viele Neuigkeiten. Wie ihr es mitbekommen habt, gibt es bald Let's Plays auf dem Kanal. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten habe ich noch eine Frage an euch und zwar suche ich die drei ägyptischen Götterkarten. Falls ihr die habt, bitte melden. Und jo. Okay, das war jetzt das kleine Trade-Binder-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.